Fremd mal hier oben auf dem Dach Warte mal an Da fährt man auch nicht, aber das ist gut Ähm... Ne, da hab ich schon mal einen Medikit Würde ich wahrscheinlich den brauchen Auf jeden Fall mal eine Pistole Ich hab ne Polizeiweste Wir schaffen sie natürlich so einzukreisen Der Schode, der drückt ihn ein paar Drogen mit seinem Medikoffer Ich halte die Schüsse ab mit meiner Weste und was machst du? Ich? Der ist einfach nur anwesend Ich schieß zurück Auch nicht schlecht Ich hab noch ne Zweierweste hier, Opel Ja, ich hab ne Machete Ok Dann ist doch die Zweierweste eher von Nachteil für dich, ne? Ja Ähm, wo bist du denn überhaupt? Ey, bist schon im Arsch der Welt, Alter Ey, guck dich dann Ey, ich bin nicht im Arsch der Welt, sondern nur im Arsch der Welt Du bist schon hier bei Boah, ich hab Pumpe in Achtfach Ich hab nur diese scheiß zweiläufige Hosentaschenpumpe Ich hab zwei Achtfach Und das ist in zwei Räumen Einen Raum direkt neben dran die Nummer in Achtfach Das ist einfach schön Ich liebe es Richtig Hallo, Witt Ich komm mal zu euch, oder? Ich fühl mich irgendwie unruhe Ich will auch nicht wieder Hey, Wotzke Wo waren die zwei Räste? Die ist doch scheißegal, oder? Hab ich gehört Sag jetzt, wo das Ding ist Und ich nehm mir deine Dann jetzt so Nicht hier drinnen Ach ne Nicht vor den Kindern? Und wo ist sie jetzt? Warte kurz Äh, du musst nach links weggehen dafür Das ist zum Glück so eine Einschließende Aussage Du musst nach links weggehen Weil wenn du mit einem Aussagen gehen Ich hab mal irgendwas ansagt Dass ich auch nur sag Du musst nach links weggehen Wissen du? So, wir müssen den Weg auch nach hinten machen Okay, einer ist nach oben im Kirchturm Scheiße Und wo verstehst du jetzt unter links weggehen? Wissen wir Oh, jetzt kommen sie mir schon Hier sind zwei Zweierwäsche Komm her Komm Da muss ich nicht nach links weggehen Nicht nach rechts weggehen Wo ist denn der auf dem Turm? Ist der noch da? Naja, der ist nicht mehr im Turm Der ist auf dem Dach gewesen jetzt Okay Naja, ich seh ihn Und guck raus Äh, Opel? Ja? Jaa Brauchst du noch eine M16 A4 gerade? Mh, hab ich gerade eine gefunden Nein, könnte ich nur munizieren Nicht raten, für Munizierung muss ich links weggehen Nein, einfach zu mir kommen Okay Da ist immer noch einer auf dem Dach, der die ganze Zeit spät, gell? Und ich keinen Lothar Hallo Hoi Stefan Hoi Wenn ich ein Visier hätte, könnte ich mit meiner SKS wegmachen Hab ich ja Komm zu mir, krieg ich einen Achter Warte mal, stopp, 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 stopp Überall geht's, hier Ich? Ich? Ja, du, hier Ja, mein Warnschuss ab Ich hab gesagt, I warn you, I warn you Komm mit Ich hab' das Ich hab' das Du Kannst uns raus abwinken Hier Ja, ja Können die Gäste auch schnappen und uns verkrümmeln, ne? Meine Ladies Weil die sind irgendwo jetzt aufgeteilt in den Staaten Der eine ist oben, weiß und guckt genau, wo wir sind Er scoutet quasi Ja Ist dein gutes Recht Ja, aber ist doch unfair, uns gegenüber Ja, eben Was soll denn das? Na, verlegen wir doch, wegen dem Kommt doch an Ich hab' noch keinen Helm gefunden Ich hab' zwei Rotwilde Kein, gar leichte Oberhelme, ne? Alter, da hinten kommt ein Drop runter, der ist genau für uns, ne? Der Auto hätte mich grad rüberholt Vielleicht renne ich auch einfach Ganz ehrlich, lass das machen Lass das uns auch ausfinden Auch Wo ist der denn? Der, direkt 340 Ich guck mir noch die Halle an, hier Guck mal so, was der Architektur nicht so gleichwert haben hier Ich geh mit Opie mit Röst vor sie Irgendwie schießen sie aber vor sie Kann ich mich gleich aufheben, wenn's so weiter geht Hast du auf dich geschossen, oder was? Ja, ja Weil Glück schießen sie nicht auf mich Sehe ich auch noch Weißt du, wo die sind schon? Irgendwo hinter mir Irgendwo hinter mir Doch, der war das jetzt nicht, dass ich anhalte Was haben wir denn? 8-fach, 3-er-Werste Das hier, super Das kommt da rein Das da rein Das da rein Das da rauf So, in dem Fall Verdrücken Gibt's irgendwas, was ich noch holen kann? Äh, maximal ne 16 A4, falls du mit der was anfangen kannst Gibt's ja schon ein Einzelhelm Naja, nicht wirklich Ich will ja ganz gern wissen, wo der geschossen hat der Lager Ich hab auch was ein bisschen zu sehen, aber Hauptschwanz Naja, der hat irgendein Dämpfer drauf, dass ich's, dass das Mündungsfeuer nicht siehst, ja Lalalalalala Hat irgendjemand ein Zubehör für eine Sniper, das du nicht brauchst? Krass, ich könnte selber noch was brauchen Nen Rotpunkt Danke, aus von nem Rotpunkt Leider nicht Das ist irgendwie ärgerlich Ich hab mir jetzt nicht zwei Rotpunkte Ich hätte zwei Schieß ihm ins Kreuz, ich mir scheißegal, ich schieß ihm ins Kreuz Ich werde für dich was finden, mein Freund Feuer bitte Ein kleiner Paderbahn Ja, ja Ich hätte jetzt zum Beispiel ne Pumpe hier Super Ähm Noll Die sind schon wieder weggerannt Wir waren zu langsam, Schrute Er kommt Nein, lauf, lauf, lauf Hast du das mit zwei Sachen, die dir nicht guttun werden, wenn ich sie abfeuergegeben habe? Ich hab achtfach gegeben, wir können sie überall finden, ne? Azon ist nice Doch, wenn wir hier theoretisch runter an den Strand kommen, wär ganz geil, ne? Wuh, wuh, war klar, dass sie auf mich schießen Ui, der war drin Der macht sie immer Boom Nix X, X Da sind sie Du bist Das bin ich Will ich wissen, warum du das tust? Nein, klar Ne, frag nicht Ich bin bei dir Ne? Ich bin bei dir Ich bin bei dir Ich bin bei dir Unabhängig Und Da haben wir gestern die Runde gewonnen Sinten los rumspielen Und dann plötzlich 6 Kills machen, oder was? Ja Ich hab mir Specki heute fast schon eine zweite Runde geholt Was heute? Ja, ja Warum habt ihr nicht? Specki hat versagt, anders kann ich mir das nicht erklären Gut oder schlechte Nachricht? Oh, raus Gute Nachricht Kannst du die schlechte auch auf gut? Na, genau Hier, fast, ist nicht Ich hab ein Auto gefunden Die schlechte auf gut, ja, ich glaub das krieg ich hin Halt doch, schieß dich Oh ja, der schlechte Auto Oh, danke, du legst schon mal einen 5-5-6er-Schuss, oder was? Da hinten fährt ein Auto Bei dem großen, bei dem großen kleinen Berg Ich hab keine Muni Ich hab wieder schönes Holzbämpfer mit, Freund Der Zaun-Destroyer ist da Vielleicht dachte ich mir, das ist ganz gut, wenn wir hier eine Abfahrt Wir könnten abfahren Wir hatten Giddies Ja, spielen, oder? Na, ich sitz mit dem Busch im Auto Was ist das, das ist das komische Ding, was er da im Gesicht hat, gell? Weiß, geh euch mit? Bahn Okay, warte, ich kann mich einsteigen Ja, tschüss Muss ich mal Warum? 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 Weiß ich nicht Merkst du was, ne? Ich kann nichts dafür Wenn du da irgendwelche Verrenkungen auf dem Auto machst Was heißt Verrenkungen, Mann? Ich wollte einfach nur verdammt nochmal aufsteigen Hey, Atze Hä? Ich meine, die Ego-Perspektive und guck mir mal ins Gesicht Was? Ja, jetzt sieht keiner beschissen aus, ey Sieht ein bisschen aus wie so ein Möchtegans-Sido mit, äh, mit einem Giddies-Suit Ohne witzig, ich hab keine Ahnung, was das sein soll, Alter, ohne Deine Gasmaske, oder? Ja, aber irgendwie schneidet's da die untere Hälfte von der Gasmaske ab Giddies-Suit dann wieder zu schlagen Fahr mal hin Mal Ladies Äh, helf mal, was markiert Grün, okay Ja, blau Ja, blau Kommt in andere Richtung, aber okay Also wie geil sie diesen Duftbaum animiert haben, fällt mir das gerade mal auf, ne? Hier wackelt, oder? Ja Dafür haben sie Zeit, wech Dass ihr euch fünf Leute hingesetzt Ja schon Und da stellen wir ja auch ja mal in die richtige Richtung guck Du, ihr seid Team Duftbaum Jawohl Ich liebe es Ich kann den Geruch schon riechen Ah, Apfel Es ist fast das zweite Mal Verzeihst du mir? Nicht so richtig Deine Nappe ist mir egal Ah, jetzt Bin ich auch dafür Ja, dafür müssen wir fünf, sechsten Munition abgeben Oh, danke, gib mal her Das ist super Glauben Energy wär mir lieber Oh, danke Hä? Der hat mir neun Schuss gedroppt Ja, mir hat er einen Schuss gedroppt, ich glaub der will Munition haben Achso Geh ich zumindest mal davon aus, anders kannst du nicht mehr Aber AC, du hattest was hast gesagt, ne? Oh, unser Auto randaliert noch AC droppt Sachen Was willst du haben? Okay Mach keine Ahnung Wollt ich abgeben Wow Er hat einen abgewinkelten Old Wild, Holo Äh, äh, ne Ja? Brauchst du das? Brauchst du das? Brauchst du das? Das hab ich leider einst grad zur Bankstecke Ja, oder irgendwas für Sniper Äh Alter, dann nimm's halt Wenn du so länger guckst Ey, Achtung, wie sie hier hab ich Was willst du denn von wo? Ich hab nicht Nein, das hab ich nicht Nein, das hab ich nicht Oh ja Ihr könnt euch mal repairen, das sieht alle ein bisschen komisch aus Ähm, ja klar Würde ich gerne Wenn ich denn Die Kling hätte Ich mein, ich könnte mir meine geile Dingsspritze reinhauen, die ich da gefunden hab, aber Na ja, krieg ich nen Drink Ah, Achtung, den will ich auch von dir haben Ja, ist mein letzter Äh, Opel, hast du ne K? Ne, ne? Ne, ich hab ne M24 Ja, weil der hier hat ein Patronengut gedroppt Jetzt wundert sich, wo seine Muni hin ist Ich sag, was soll ich machen, Kollege? Ich hab doch selber nur neun Schuss jetzt Äh, hat jemand noch 5,6er Muni übrig? Mhm Hat jemand eine AK-Muni übrig? Äh, wirklich Warte, wer ist ein Baum? Ich bin der Baum Willst du dann reiben, oder was? Ich nehm mal die 5,6er Muni Leute, wenn ich mich hinset, dann ist ein Patronengut an meinem Minimitar greifbar, aber wenn ich hinsteh, dann nicht mehr Was? Ja Ich steh' nicht Gar nicht Tö Ich bin wahrscheinlich nur die Programmierer Was schießt denn du, was soll ich denn machen? Ich hab selber neun Schuss Dann werden wir unbedingt die 5,6er Muni nehmen, die ich nicht hab Hm Wenn du weiter schießt, dann ständig immer nur jeden einen Schuss hinlegen Oh, was ist denn hier? 5,5,6er Muni Ich hab grad auch noch nen Packen gefunden Und ne M416 Ah, die hab ich vorhin schon Der arme Typ Werden wir noch nen Schnellwegsmagazin für ne M416 oder so? Der M416 liegt noch hier, wenn's jemand will Haha, nicht mehr Schuss gib Da drüben war schon jemand, oder? Ja Ja, ich Servus, warte mal, hier Hast deinen neuen Schuss zurück Mehr kann ich dir nicht geben Haha, neuen Schuss Na, ist schon ne Hilfe Ich hab ihm auch schon 11 dropped, hallo, dann sind wir schon bei 20 Die einzige 5,5,6er war, für die er auf seinem Rücken hatte, ist schon ein Ding Wahrscheinlich hat er, damit hat er mehr Schuss als ich insgesamt Oh Mann Ja, allen nützt's gleich rum, da hatten ich bestimmt ein paar nice Sniper-Aufsätze oder sowas Eigentlich Hey, la 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 la, läuft ein Busch quer von mir Wow Das war laut Jetzt schon wumpf Ka-peng Hey, wir stehen so sinnlos offen rum, gell Das ist komplett von aus Ja, deswegen gewinnen wir auch die Runde Kommen wir zu den Häusern da vorne hin noch Ja, komm Hilf dir jetzt Kommen wir noch in Vereinsamungsstelle Weil mein Verdummung Einsamungs mit Einsamens und Vereinsamen Ich möchte mit dir gemeinsam einsam sein Haha, wenn du einsamen kannst ja Ah, das ist ein geiler Monster Nyauuu Hat das das mit der Grand Prix Strecke zu tun, oder? Ja Okay Äh, der läuft da noch da vorne Wo? Das war interessant Sind sie weg? Du bist ja sicher Du bist ja sicher Sitzen nur alle ausgenockt Ja, da ist einer Okay Huh, das war interessant Hey, der hat mir 6er Monit Ihr Schmündungsweiter der Dämpfer, es ist ja, wenn einer braucht Den Böffer schön Oh, 5 6er Monit, das ist kracht Mit Fenchel Garlat O'Hara Hab ich doch gar kein 5 6er, ich horche Wer hat ne K Will ich die K nehmen? Hier liegt 5 6er Monit ohne Ende Seid mal ruhig Seid mal ruhig Ach, Flugzeug Ähm Alter, wer hat mir jetzt die ganze scheiß 5 6er Monit aus dem Kasten hier genommen? Kasten? Ja, aus dem Kasten Hey, dann komm hierher, hier ist auch noch Hier ist noch ein Scheiterempfer für eine S Das ist alles geil Da ist einer Und plötzlich totale, totale Eskalation Der hat sich gesehen Alter, der hat den M24 Die werden jetzt kotzen Er hat keinen M24 Das ist ja verrückt Wie schnell das gehen kann heutzutage Uh, cool, der hat Kampfhandschuhe, Kampfhandschuhe kacki Der kacki, geh mal Ich könnte mich eigentlich mal ein bisschen heilen, ne? Wir könnten in die Zone gehen Ach, das finde ich jetzt übertrieben Ach, das finde ich jetzt übertrieben Okay, finde ich jetzt mal übertrieben Könnt mich vielleicht wirklich Ihr könnt geloben und hier wird verschoben Mäßig Ein riesen Track Hey Opel, willst du mitfahren? Was ist denn hier so schwer? Ja, Moment, ich bin hier grad irgendwie am rätseln, was hier so schwer ist Du verstehst du mit dem Prinzip Du verstehst mit dem Prinzip Mit der Zone verstehst du schon, oder? Nee, ehrlich gesagt nicht Guck mal auf die Map Und noch ein anderes Auto? Ja, da drüben steht einer Ja, da drüben steht einer Äh, hat sie? Ich bin weg Das war so echt geil mit den Typen, ne? Ja, ich bin da einfach gemütlich drauf zugelaufen, ne? Ja Ich bin da einfach nur die Hocken ab, einfach nur voll reinklugend, ne? Ja, da vorne ist ja schon wieder ein Drop Das sind zwei Drops Wenn wir in der Ecke geblieben hätten wir jetzt zwei Drops, ne? Sehr unauffällig, was wir machen Was ist das? Äh, okay, ganz kurze Zusammenfassung Hat jemand noch ein... Ah, ne, hier Hallo Opel Hi Möchtest du mir irgendwas sagen? Nein, nicht wirklich Okay Den Charlie für die SR hast du mitgenommen, oder? Ja, da lagen ja genügend rum Wieso schon krass genug wäre, oder? Wie will keiner die Drops da drüben haben, oder? Noch nicht, aber Leute, wir können grad rechts oben rum zirkeln Wir müssen auf die Hügel herfahren Oha Und zum Thema, da will keiner die Drops haben Er will ja auch keiner Und die wollen alle nur die Leute, glaub ich, absnacken, die die Drops haben wollen Bis mit vorne auf dem Hügel sein Oh fuck it Wui Also, ich kann euch sagen, ich hab geschossen Und das ist was größeres Ah ne, das ist unser Kollege da Ah, ich seh sie Die sind noch 170 Ganz oben auf dem Berg Liegt einer Auf diesem braunen Schoko Kackhaufen Da drüben Bei allem freudigen Schießen, vergess das Laufen nicht Der muss nämlich auch Von seinem Kackhaufen runter Auf welchem Hügel ist der jetzt drauf? Ah, da Boah, die hat er noch kurz eingesteckt, oder? Das war meine, ja Ein Schuss, ein Schrei Schön ausgenockt, sayonara Das ist schon mal kurz in sich zusammengesackt, das sah echt geil aus Das sah echt geil aus Bis auf dem Ziel, dann ist er weg Das war ein richtig guter Schuss, ey Der saß, ja Ein Schuss und Köpfchen Einmal zu Einmal zu kurz rausgeguckt Aber vor allem, jetzt sitzt er damit ein bisschen beschäftigt und aufgehalten Ja, der war so weit weg von seinen Kollegen, den kriegen sie gerade nicht mehr gerätzt Wenn überhaupt, also Ich muss mal gucken, ob du noch einen Kill kriegst Ja Die kriegen einen kleinen Kill, wenn sie so weitermachen Langsam pegeln sie sie ein Auf die Empfehlung ist krass, wie du mit der AK drüber halten musst, ey Ja, nicht nur mit der AK Mit jeder Ich hab grad nur ein bisschen Angst, dass wir jetzt hier gerade in eine andere Gruppe reinrennen Kann gut passieren, ne Wenn wir da oben auf dem Hügel sind, fühle ich mich relativ safe, aber bis wir da sind Es ist echt ein arschweiten Weg noch geben, bis sie da drin sind Aber ich weiß, wie sie es auch nicht schaffen würden Brauchst sie haben da oben irgendwo ein Auto stehen Naja Ja Die Wuffer direkt zulaufen schaffen, wo der genockten können sie werden Ja gut, wir sind ja quasi drin Ist aber okay 18 am Leben, du hast mir mal gespannt Oh fuck man, hier nach links bist du aber auch schön offen, ey Nur im Auge Wir sind Könnten doch hier über die Straße gehen und uns hinter den Hügel legen Oh, Hurenzone, was machst Okay Gar nicht so ruhig Was ist eigentlich von euch? Ich glaube, dass du die dort noch nicht gekonnt Hast du einen Killkrieg, Brutzke? Nein Oh, krass Da oben zieht, liegt das Richtung 2, 10 Ungefähr Hm Irgendwas stimmt da noch außerhalb der Zone gerade 1, 2, 3 Freddy, komm vorbei Kann ich mir soweit meckern, Mädels, gell? Gucken, wo die nächste Zone ist hier Wir sind schon drin Quasi, ja Äh, 205 ist was Äh, 205 ist was Es sind nur noch 12, gell, Ladies Lasst euch vielleicht jetzt nicht so wegfischen Noch anderen ausgelaufen Alter, ich hab die Perfekte Kill, 3 kills LOL Alter Wilhelm Tell, Bitches Geist doch Ich hatte nur ein bisschen Angst, dass der Hintergrunds abgeht Ich pass hinten auf Irgendwo da hinten aus der Richtung, wo wir gerade eben hingeschossen haben, schießt sie Das, wo wir gerade eben hingeschossen waren Ja Achso Ich seh nichts War mein Helm War mein Helm Egal wie sie müssen Laufen, wenn sie zu uns wollen Hat er da schon wieder einen Drop direkt vor uns runtergekommen Hat direkt vor uns schon übertrieben gesagt, das sind ein paar Meter Ja, vor dem anderen Freddy Warte, noch acht Stück, ey, wir sind zu viert, gell? Ja Ja, ist schöne Arbeit Ich dachte eigentlich, hat Hinalin Ne, ich dachte eigentlich, die Scheiße hat Hinalin-Spritzen gemacht voll, aber die Pusht Schicke Dicke ist kaputt Naja, aber ich weiß nicht von wo Was klang, 180 so, die Richtung Irgendwo da aus der Richtung hab ich vorher auch nicht gefressen Oh, bei mir, bei mir Fuck, bei mir am Berg Oh Mann, Scheiße Wie viele? Ich weiß nicht wie viele Eine auf jeden Fall Granat nur Fuck Die Sonne kommt Da unten ist was, Richtung 210 Wie ist denn? Jenn, Most Der rechts lebt noch, oder? Der muss noch leben, ja Boah, die Sonne ist gut für euch Und an deinem Baum war einer, an dem verdörrten Baum institutze, Solid Genau der, wo du gerade darauf zugeschafft Der war einer Der hier Ja Fick dich Bist nicht der Einzige hier oder? Der schiebt nur einen bedürften Baum Scheiße Vielleicht hat er gesagt, er ist getan, der schießt immer noch auf dich oder? Nein, aber er kommt nicht durch den Berg Komm mach jetzt lang, wir schießen gerade aufeinander Hast du was zum Feuer? Da unten sehe ich ihn laufen Jaja, alles klar Nur auf ihm Der läuft gerade voll auf uns zu, hast du gesehen oder? Scheiße, wir müssen da auch rein Hier, einer da unten, einer rechts Verschuldet, trink lieber ein paar Getränke Anstatt zu kämpfen Vier am Leben Oh ja, rechts am Ihr müsst euch holen Ausgenockt Er hat eins noch nicht passiert Hast du ihn? Jo Komm in die Zone, komm in die Zone Ja, ich steh auf Ja, ich steh auf Alles gut 2 gegen 1 Okay, ich bin down Hey, warum das? Weil ich gestorben bin, mein Leben mehr Er hat mich ausbluten lassen Ja, Entschuldigung Ich war gerade selber noch außerhalb der Zone Und bin jetzt erst reingerannt Und Toll, ich habe die Runde schon, dann ist alles gut Jo Sie müssen doch voll unten einen rumrennen sehen Ich weiß nicht, ob das der war Doch nicht Also wenn es der unten war, dann müsste er sich eigentlich jetzt bewegen Nein, das darf Schraubball zu werden Und wo ist der über die Ridge? Vielleicht Ja, da hinten ist ja eine kleine Kante, glaube ich, die noch drin ist Das wäre natürlich echt scheiße Links bei dir Ich soweit Ah ja, da Ich steh'n Rundenzwanzig Dann Granate in Dann könntest du quasi in deinen Rücken gehen Aus deiner Sicht Dass du in die Zone reinkommst Das werde ich nicht überleben, das werde ich nicht überleben Komm, mach ihn I can do it Du bist nicht drin, oder? Ne Nach draußen Vorne rechts der Baum müsste funktionieren, oder? Ja Ja, schön Da rechts, jetzt kannst du ihn Oh, der hatte ich daneben schießen Jetzt hast du ein Problem Ach, Evo Schön Ja, richtig Ah Easy Runde, würde ich sagen Ich hab nie an ihm gezweifelt Ja Ja Liebe